Herzlich Willkommen zur Engelbotschaft für Juli und August 2023. Diese Botschaften darf ich seit vielen Jahren aufnehmen. Eigentlich habe ich damit begonnen, als ich meinen YouTube-Kanal 2010 eröffnet habe. Und in dieser Zeit sind schon, man kann es sich ausrechnen, einige Engelbotschaften zusammengekommen. Und jedes Mal bin ich wieder aufgeregt, mit euch die Botschaften zu teilen, die ich gechannelt habe. Seit 2016 sogar für das Engelmagazin, das jeden zweiten Monat erscheint. Und dort findet ihr eben meine regelmäßige Kolumne mit der Engelbotschaft für den Monat und auch mit den Engeltagen. Und das möchte ich euch hier in diesem Video nahe bringen. Natürlich auch mit meinen Erfahrungen noch untermalt, was ich noch zusätzlich zu dieser Botschaft empfange. Die ich unter anderem ja auch jeden Monat als Monatsvorschau nochmal mit vielen, vielen Impulsen unterfüttere. Und das verlinke ich natürlich auch sehr, sehr gerne unten in der Videobeschreibung, sodass ihr euch auch diese Impulse nochmal anschauen könnt. Und wie immer lese ich in diesen Videos, in diesen Engelbotschaften, die gechannelte Botschaft vor, die ich eben vor über zwei Monaten empfangen durfte. Und ihr könnt dabei die Augen schließen, euer Herz öffnen, hineinspüren. Und ihr könnt die Botschaft natürlich auch auf meinem Blog nachlesen, in meinem Online-Blog, auf meiner Webseite nachlesen. Da könnt ihr auch die Übung, die in diesem speziellen gechannelten Text enthalten ist, auch nochmal ganz in Ruhe machen. Denn ja, Übungen, ich jedenfalls lese sie auch sehr gerne, auch wenn es sehr schön ist, einfach mal zuzuhören und durchfließen zu lassen. Also lade ich dich jetzt ein, wenn es dir möglich ist, wenn du magst, es dir richtig schön gemütlich zu machen und den Worten der Engel für uns alle zu lauschen. Neue Lichttore mit neuen Frequenzen Liebte Seele, wir möchten dich darauf aufmerksam machen, dass nun in den kommenden Wochen und Monaten wieder einmal neue Tore geöffnet werden für die Menschheit. Sie senden frische Impulse aus der Quelle allen Seins auf eure Erde und in eure Herzen. Sie schenken euch intensive Inspirationen, die du für deinen Seelenweg nutzen kannst. Ganz besonders stark werden wir dein Herzchakra und dein Wurzelschakra aktivieren. Du kannst dadurch noch stärker die Frequenz deiner Seele in dir spüren, was dir zusätzliche Stabilität auf deiner emotionalen Ebene geben kann. Dein Herz kann sich noch mehr für neue Informationen öffnen, die dein Bewusstsein Schritt für Schritt erweitern. Deine Sinne werden geschärft und deine Verbindung zur Erde hilft dir, die Veränderungen zu akzeptieren, die geschehen werden. All dies ist möglich, wenn du dein Einverständnis gibst, denn du hast deinen freien Willen, der das Tempo deiner Entwicklung bestimmt. Die neuen Frequenzen ergänzen deine ganz eigene, individuelle Schwingung und erweitern sie in alle Dimensionen. Alte Grenzen weichen auf, sodass du viel mehr Leichtigkeit und innere Freiheit erfahren wirst. Das neue Licht, das durch diese neuen Tore auf die Erde strömt, erhält tiefe Schatten in deinem Unterbewusstsein und zeigt ihre Botschaften, auf dass du sie klar sehen und hören kannst. So bekommt auch Transformationsarbeit viel mehr Kraft und gleichzeitig eine neue Sanftheit. Jedes Öffnen neuer Lichttore ist eine große Chance für die Menschheit. Die Kraft dieser Energiewellen ist enorm. Du kannst ein bewusstes Öffnungsritual zelebrieren, damit es dir leichter fällt, diese Wellen zu nutzen. Das Frequenzanhebungsritual Begib dich in die Stille, wende deinen Blick nach innen und öffne dein Herz. Fühle das Vertrauen in dich selber und das Leben. Stell dir eine weite, schöne Landschaft vor und blicke in den Himmel. Dort öffnet sich ein Tor aus hellstem Licht, das dich nicht blendet, sondern in Liebe badet. Spüre mit allen Sinnen, welche Energien nun speziell für dich in deine Aura und deine Zellen strömen. Nimm ganz bewusst nur die Impulse auf, die du in diesem Moment brauchst. Spüre, wie sich all deine Zellen auftanken und wie sich dadurch in deinen Zellkernen neue Kraftquellen aktivieren. Diese schenken dir in der kommenden Zeit nach und nach immer mehr Energie für alles, was du erleben möchtest. Bade in der Energie der Frequenzanhebung. Rieche, schmecke, atme und genieße sie. Dehne dein Sein aus und fühle dadurch, dass du als Seele eins bist mit allem. Tiefer Frieden entsteht und stärk dich. Nimm diesen Frieden und all die Kraft mit in deinen Alltag, damit er sich mit Leichtigkeit und Freude füllen kann. Wir sind immer bei dir und unterstützen dich auf deinem Seelenweg. In Liebe, deine Engel. Als ich diese Botschaft empfangen habe, habe ich mich so sehr gefreut. Ich bin ja schon so lange mit Lichttoren, mit Sternentoren unterwegs in dieser Welt. Ich darf sie channeln, empfangen und malen. Mittlerweile hat sich diese Energie auch natürlich entwickelt. Und jetzt sitze ich im Moment zum Beispiel vor einem ganz neuen Seelenlicht, dem Seelenlicht des Erwachens, das jetzt gerade seine Energie von hinten mit in das Video mit zu dir sendet. Und das Erwachen passt auch so gut jetzt zu dieser Botschaft. Diese neuen Lichttore, diese Seelenlichter, Schöpfungslichter, die uns begleiten in dieser Zeit, werden uns so viel Kraft schenken, damit wir eben noch leichter werden. In der Monatsvorschau für den Juli habe ich es so genannt, dass wir ja als Seele vollkommen in der höchsten Schwingung sind. Wir kommen als Seele auf die Erde ganz bewusst. Für mich ist es eine bewusste Entscheidung meiner Seele, hier zu inkarnieren. Und wir inkarnieren in einen feststofflichen Körper. Die Energie wird dadurch ein kleines bisschen heruntergefahren, damit sie langsamer schwingt, was ja dann auch die Sichtbarkeit und die Festigkeit des Körpers, des gesamten Lebens erzeugt. Und dadurch können wir hier auf der Erde mit dem Körper, unseren Sinnen, unseren Gefühlen, unseren Gedanken, Erfahrungen sammeln. Manchmal beschreibe ich es auch gerne als Auszeit für die Seele, raus aus der Ewigkeit, der Langeweile des ewigen, nicht wirklich intensiven Entwicklens auf die Erde, mit ganz viel Spaß, wie einem Erlebnisurlaub, ein Abenteuerurlaub, den wir hier als Seele machen. Unsere Seele ist unsterblich. Für unsere Seele sind diese wenigen Jahre auf der Erde wie ein Wimpernschlag. Ja, also kann man es mal aus dieser Perspektive betrachten. Und damit wir hier als Seele in einem menschlichen Körper unsere Erfahrungen machen können, sind zum Beispiel die Engler an unserer Seite. Damit wir entspannter durch das Leben gehen. Damit wir mit mehr Leichtigkeit durch das Leben gehen. Und mehr Energie und Liebe zur Verfügung haben. Und diese Lichttore, die sich immer mal wieder öffnen. Ich habe da schon viele Bilder auch zu den speziellen Toren, zu den speziellen Zeiten gemalt. Ganze große, gechannelte Bilder für die verschiedenen Energiewellen und Level, die wir alle als Menschheit schon durchschritten haben. Und diese Lichttore sind wirklich große Energiefelder, die für uns auf der Erde erfahrbar werden. Also lass dich davon inspirieren. Verstärke dein Herzchakra. Spür dein Wurzelschakra. Das Wurzelschakra steht für die Verbundenheit zur Erde, für dieses tiefe, feststoffliche Sein. Und das Herzchakra ist für mich die Schwingung, die wir durch den Puls unseres Herzens erzeugen, die uns mit allem um uns herum verbindet. Mit allen anderen Menschen, mit den Tieren, den Pflanzen, der Erde, dem Kosmos. Stärke diese beiden Energiefelder. Die anderen dürfen natürlich auch hoch schwingen und kraftvoll und offen sein. Und dann wirst du diese Frequenzen viel, viel stärker spüren. Und ich freue mich darauf, jetzt in dieser Zeit, im Juli und August, mit euch zusammen diese Tore zu erleben. Ich male gerade an neuen Sternentorbildern und auch an einem neuen Schöpfungslicht. Vielleicht kommt auch noch ein neues Seelenlicht. Das sind alles wirklich meine höchst schwingenden Bilder, die ich der Welt zur Verfügung stellen kann mit meiner Kraft. Und da kommen immer so, so tolle Botschaften mit diesen Bildern. Und hier ist ja auch die Lichtsprache in der Mitte des Seelenlichtes. Und ich verlinke unten in der Videobeschreibung auch mal die Botschaft, dass ihr die von diesem Sternentor, diesem Schöpfungslicht lesen könnt. Und wie gesagt, ihr könnt die Botschaft natürlich auch im wunderschönen Engelmagazin nachlesen. Ich habe es leider noch nicht hier. Leider dauert der Transport von Deutschland nach Spanien, nach Mallorca einfach viel zu lange, sodass ich es euch dann nicht zeitgleich zeigen kann, bevor ich jetzt oder während ich diese Botschaft aufnehme. Aber ja, es lohnt sich. Es sind so tolle Autoren und Autorinnen mit in diesem wunderschönen Engelmagazin. Tagesimpulse für jeden Tag und auch schöne Lebensgeschichten, die ja als Vorbild dienen können, um uns halt miteinander weiterzuentwickeln. So, und jetzt gibt es natürlich auch noch im Engelmagazin die Engeltage. Und das ist dann jeweils der 13. des Monats. Und auch da gibt es Botschaften, die möchte ich euch auch mal vorlesen, auch als kleine Inspirationen, Energiequellen. Und der 13. Juli ist der Tag der bewussten Liebe. Und aus meinem Engelkarten-Set gibt es dazu natürlich den Engel der Liebe. Und die Botschaft dieses Tages, die wir dann intensiv leben können, heißt, Erzengel Schamuel möchte dich heute inspirieren, dir Gedanken zum Thema Liebe zu machen. Neben all dem, was du auf der Erde erleben kannst, ist die Liebe so vielfältig wie kaum eine andere Energie, die du als Mensch erfahren kannst. Wie denkst du über diese Kraft? Kannst du sie einladen und genießen? Spürst du sie eher körperlich oder eher als Seelennahrung? Kannst du sie anderen Menschen schenken und auch von anderen Menschen empfangen? Das Vertrauen in die Liebe der göttlichen Quelle hilft dir als Basiskraft für ein glückliches, entspanntes Leben. Sie hüllt dich in Geborgenheit und Licht. Ein eigenes Sein ist pure Liebe, die sich in allen Facetten erfahren möchte, mit allen Gefühlen, die du als Mensch entwickeln kannst. Nimm dir heute die Zeit und widme diesen Tag der allumfassenden Liebe. Erzengel Schamuel ist an deiner Seite und schenkt dir viele Inspirationen dazu. Jetzt kommt die Energie für den August. Und das ist der Engel der Fülle, der auch der Engel des Potenzials ist. Denn Fülle zu erleben in unserem Leben bedeutet erstmal, dass wir unser eigenes Potenzial überhaupt mal spüren und nach und nach erleben und nutzen. Also, die Botschaft des Tages deines inneren Schatzes lautet, Der Engel des Potenzials sendet dir heute ganz viel Lichtimpulse, die dein Unterbewusstsein ermuntern, dir neue Aspekte deines Potenzials sichtbar zu machen. Als Mensch bist du auf der Erde, um nach und nach immer neue Facetten deiner Kräfte zu entdecken, die du einst als Seele in dieser Inkarnation nutzen wolltest. Dein Seelenplan ist jederzeit aktiv und er öffnet sich dir Tag für Tag mit neuen Erkenntnissen. Lass dir vom Engel des Potenzials heute in einer Meditation deinen inneren Schatz zeigen. Du wirst Fähigkeiten finden, die du nun einsetzen kannst, um dein Leben noch freier und leichter zu gestalten. Öffne dein Herz und dein Bewusstsein für neue Möglichkeiten. Entscheide dich für mehr Klarheit und Vertrauen, damit du all die kostbaren Werkzeuge und Kräfte aus deinem Inneren herauslocken kannst. Sie stehen dir immer zur Verfügung. Nutze sie. Zum Thema innere Schätze wird es auch ein neues Video geben, denn ich habe gerade auch das Sternentor der Schätze in deinem Dunkeln malen und empfangen dürfen. So wertvoll, so kraftvoll und ich hoffe so sehr, dass diese Energie viele, viele Menschen nutzen werden. Dass viele Menschen diese Lichttore nutzen werden. Wir alle gehen unseren Weg des Bewusstseins. Und das bedeutet für mich, mich jeden Tag selber neu zu entdecken. Ich verändere mich jeden Tag optisch. Ich verändere mich jeden Tag, weil ich immer neue Blickwinkel auf das Leben erfahre. Durch Ereignisse, Erlebnisse, die kleinen und großen Dramen des Lebens, die Abenteuer, die Herausforderungen und Prüfungen. Und wir sind nun mal gerade mitten im Wandel, mitten in einer Prüfungszeit. Wir werden durch das eine oder andere fege Feuer gejagt, damit wir immer leichter werden, immer höher schwingen in unserer Frequenz. Ich habe dazu auch das Sternentor der Frequenzanhebung gechannelt. Das verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung auch. So ein kraftvolles Channeling, das ich vor einigen Jahren schon empfangen durfte. Wir können unsere Bereitschaft zeigen, uns auszudehnen in unserem Sein, zu erwachen, uns zu entdecken. Und wir können es auch dagegen entscheiden. Völlig okay, denn wir sind ja auf der Erde nicht, weil uns irgendwer mal gesagt hat, was wir hier zu erleben haben. So kann man natürlich auch denken. Und auch meine Lebensphilosophie ist, dass ich mir selber all diese wunderbaren Abenteuer vorgenommen habe und sie erleben wollte. Deshalb meckere ich auch nicht mehr ständig daran herum, sondern ich akzeptiere, dass meine Seele das braucht, um sich weiterzuentwickeln. Und dadurch fällt mir mein Sein viel, viel leichter. Und weil es mir leichter fällt, macht es mehr Spaß. Und weil es mir Spaß macht, erzeugt es mehr Fülle, mehr Dankbarkeit, mehr Liebe. Und das ist eine wunderschöne Schleife, in der ich mich bewege und langsam weiterentwickele. Nach oben. Immer leichter werde meiner Schwingung. Das sind meine Engelimpulse für dich, für den Juli und August. Ich freue mich auf deinen Kommentar, dein Feedback. Ich freue mich, wenn du das Video teilst, damit immer mehr Menschen die Liebe und Leichtigkeit der Engel erfahren und natürlich auch Impulse bekommen, was sie tun können, um glücklich zu sein. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, dein Vertrauen und wünsche dir eine wunderschöne Sommerzeit. Natürlich gibt es wieder weiter neue Videos jetzt in diesen Tagen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Liebe, deine Sonja Ariel. Ciao. Ciao. Vielen Dank.